So, damit willkommen zum 19. Türchen. Wir sind hier bei den Wacky Races. Das völlig verrückte Autorennen. Verrückte Maschinen. Das ist ein Spiel, das ist noch relativ jung. Das ist ein PS2-Spiel, das ist aber von 2007. Da gab es schon die PS3. So, wir nehmen jetzt einfach mal... Ich habe keine Ahnung, was wir da nehmen sollen. Wir nehmen einfach mal eine Herausforderung. Wäuster-Wäustenangriff. Ja gut, nehmen wir das mal. Second Hand Karre von Teddy und Eddy. Panzerfehlstart. Von Unteroffizier Grossmaul und Rekrut Kleinherrn. Da fuk. Die Brüder Bruchstein, Rocky und Kiesel. What the fuck? Das Feuerstein-Mobil. What the fuck? Das kugelsichere Ganova-Mobil von El Caravano und seiner Bande. Lufus-Rundholz und Sammy, Sägemehl. Brotzer Sägemühle. Interessant. Die rosa-roter Pussycat, Peneloter Parkdeck. Das Autoflug-Turbosegel-Mobil. What the fuck? Professor Triebberg. Ja. Die Gruselkutsche. Gänsehaut Gustav und der schaurige Schorsch. Wohl. Coupé-Bruchlandung. Der rote Max. Oder der Diabolische Super-Boline von Fred Fiesling und Teufels-Zahn. Das ist der Schlepp-Mantli, so heissen die, glaube ich. Der Wahnsinns-Schlitten von Peter Zahnweiss. Was haben die sonst noch? Ja, nehmen wir doch das Feuerstein-Mobil. Beschleunigung gut, Bremse okay. Traktion gut, Höchstgeschwindigkeit nicht wirklich. Egal, nehmen wir mal. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze anfühlt wird. Wow! Zeitverlängerung. Ah, okay. Mit R1 kann man angreifen. Die Steuerung ist jetzt nicht so gut. Mit R1 kann ich zurückschauen. Mit Dreieck-Kamera kann ich die Kamera... Ich sage immer Dreieck-Kamera. Mit Dreieck-Taste kann ich die Kamera verstellen. Mit so. Oh, tschüss. Den hat es irgendwie die Mauer... ...getatcht. Handbremse. Ja, aber wie kann ich den Boost nutzen? Was soll das? Wenn ich schon Boost sammeln muss, dann will ich auch wissen, wie man den nutzen kann. Hallo! Hallo! Aha! Wow, so hat das... Ich muss das so machen. Mann, das ist eine Blockade hier. Mann, das ist eine Blockade hier. Mann, das ist ein Blockade. Wow, was zur Hölle? Ja, natürlich. Habe ich auch Angst. Jetzt einfach so in der letzten Phase des Rennens werden wir unbedingt doch sowas machen. Ah, hasse ich sowas. Ich weiß jetzt noch nicht so, ob sie es zu dem Spiel sagen sollen. Wahrscheinlich habe ich auch das falsche Auto ausgewählt. Aber kaum überhol ich, kommt er plötzlich mit seinem Schuh. Keine Ahnung, was das soll. Ich kann den nicht überholen. Der macht einfach jedes Mal, wenn ich ihn überhole, fährt er schneller. Sonst ist er so langsam, aber dann, wenn ich ihn überholen möchte, drückt er auf die Tube. Und was diese Flaschen hier bringen, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Oh! Das kann ja nicht wahr sein hier. Das kann doch nicht so schwer sein, verdammt nochmals. Das ist die erste Herausforderung. Ich drücke wie ein Blöder hier, ich mache eigentlich nicht mal bloß Fehler, außer in dieser einen Passage. Und trotzdem holt er mich ein und andere Mal. Das kann doch nicht wahr sein hier. Vom Sprit her wird es auf jeden Fall genug sein. Aha! Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe das Problem hier. Ich sehe das Problem hier. Komm schon! Meine Güte. Wir werden schon wieder viel zu weit hin. So, endlich! Du hast den Panzer fehlstark geschlagen, hat ja auch lang genug gedauert, verdammte Scheisse! Verdammte Feuerstein-Mobil! Könnte auch das nächste? Ne, kann ich gar nicht! Ja gut, dann kann ich hier gerade nichts machen. Das verrückte Abenteuer möchte ich eigentlich auch nicht auswählen, sonst kommt man wahrscheinlich... Aha! Ok! Dann fahren wir einfach hier mal. Habe ich auch diese 3 Fahrzeuge zur Verfügung. Dann nehme ich einfach mal... Äh... Ok... Die haben weder Höchstgeschwindigkeit noch irgendwas, die haben gar keine Stats! Dann sind wir mal schräg! Aber gut, fahren wir mal so ein Rennen und schauen mal! Wie ist es nochmal mit der Kamera? Ah, ok... Keine Ahnung, was ich von dem Spiel halten soll! Uäh... Uäh... Es ist ok... Aber bitte! Spiel da weg! Jetzt starten wir das ganze nochmal rein... Das ist wahrscheinlich alles aufzusammeln hier! Gut, das Auto gefällt mir mal gar nicht hier! Dann noch eine Münze... Wahrscheinlich muss ich das ganze auch nicht gewinnen hier! So, noch eine Münze... Ah... Komm schon... Ah... Kann ja nicht wahr sein, dass mich da so ein verdammtes Vieh... Von... Ah... Du Blödian! Ich krieg die Münzen nicht mal, ey! So... Verdammte Scheiss nochmal! Ich hoffe, ich muss die Münzen hier noch mit einem einsammeln machen! Keine Ahnung, was mir das mit den Münzen hier genau kriegen soll! Aber egal, ich sammle jetzt einfach mal alles ein! Dann kann ich ja weiter schauen! Ja, ok! Hat jemand wohl Öl gelegt? So... Komm, wir sammeln jetzt einfach mal, was wird es alles ein! Weil der Wind werde ich eh nicht mehr! Keine Ahnung, was es bringt, aber... Ich habe dieses Spiel ein bisschen verpasstiger vorgestellt als das! Von ein bisschen mit mehr Sound-Effekten! Ah, verpasst! Gut! Schauen wir ein andermal! Mit dem muss ich so fahren! Aber nicht wirklich eine andere Wahl! Das ist ein Scheiss-Fachzeug! Den nehme ich nicht mehr! Für das nächste Mal! Das ist ein Scheiss-Fachzeug! So, aber jetzt die Münze muss ich jetzt einsammeln! Geht doch! Zumindest alle Münzen eingesammelt! Ist doch schon mal was! Ja gut! Letzter! Egal! Schade, aber für das nächste Rennen hast du dich nicht qualifiziert! Von mir aus! Habe ich jetzt aber zumindest die Münzen eingesammelt und alles Mögliche! Wettbewerb zu 4% gemeistert! Naja, das heisst zumindest ich habe irgendetwas eingesammelt! Also von daher... Das ist schon mal was Gutes! Okay! Ja, das war das völlig verrückte Autorenn! Verrückte Maschinen! Gibt noch einen anderen PS1-Spiel davon, aber ich glaube das zumindest jünger, älter! Oder auch von Infogrames sind! Ja! Die Entwicklung sollte spassiger sein! Lege ich, äh... Wenn ich es finde, werde ich es kaufen und vielleicht für das nächste Jahr vorbereiten! Gut! Damit verabschiede ich mich! Dann sieht's euch beim nächsten Mal wieder! Bis dahin! Viel Spass! Und tschüss!